Hallo zusammen, ich möchte euch gerne etwas über den Laser SL erzählen. Der Laser SL ist ein sehr sportlicher Ski, ein Ski, der gerne Kurvenwechsel liebt, ein Ski, der gerne enge Radien liebt. Natürlich kommt ein solcher Charakter vor allem zur Geltung auf einer gut präparierten Piste. Aber der SL hat auch noch andere Fähigkeiten. Dank seiner FTC-Technologie, das ist ein Einschnitt, voren und hinten, beim oberen Aluminium, lässt er sich auch sehr angenehm und gutmütig fahren lassen. Für einen schönen Familienskintag absolut geeignet. Aber mit der Mittelbreite, die er hat und mit der Dynamik, die der Ski hat, ist er klar auf den Pisten zu Hause. Eine gut präparierte Piste, wo man das Kortschwingen ausfahren kann, wo man enge Radien fahren kann, das liebt der Ski. Wichtig ist auch bei diesem Modell, dass man eine gute Abstimmung hat mit platten Bindungen. Dann kann man den Slalomcharakter so richtig unterstützen und dann kommt er auch so richtig zur Geltung. Eine Ski, die sehr viel Freude macht, eine Ski, die spassig fahren werden kann, das ist der Laser SL.